Ihre Gemeinde ist seit mehr als 20 Jahren im Bereich E-Government tätig. Können Sie uns das aktuelle Projekt vorstellen? Ja, es stimmt. Wir bemühen uns immer an vorderster Front bei allen Aktivitäten, die das E-Government beinhaltet, immer vorn dabei zu sein und wir haben uns damit beschäftigt, dass wir die Alexa, ein sprachgesteuertes Programm, einfach implementieren wollten und haben versucht, dieses wirklich zu implementieren und für die Bürger zugänglich zu machen. Das heißt, spezielle und konkrete Fragen über Kremsmünster, über Alexa abrufbar zu machen. Das ist uns gelungen und es ist ein Projekt, das nicht so in die Masse und Breite gegangen ist, aber es gibt ja genügend Bürgerinnen und Bürger, die Alexa auch zu Hause haben und von dort aus einfach auch dann auf kurzen Wege Fragen beantwortet bekommen über die Gemeinde Kremsmünster. Wie schwierig ist die Implementierung dieses Systems? Grundsätzlich ist es schon ein großer Aufwand, weil jede einzelne Frage, die über Alexa abrufbar sein soll, muss eigens programmiert werden und in das System eingespielt werden, damit das wirklich auch konkret dann die Antworten ergibt. Also von daher ist die Implementierung doch ein sehr großer Aufwand. Wir haben es versucht, einmal mit 80 Fragen das einmal zu starten, haben darauf Rücksicht genommen, welche Fragen sind die Hauptfragen, die an uns herangetragen werden. Da haben wir längerfristig Aufzeichnungen gemacht und haben gesagt, genau diese 80 Fragen wollen wir einmal programmieren, wollen die einmal ins Netz stellen und damit haben wir dann auch begonnen. Wie reagieren die Bürger? Grundsätzlich wurde es unterschiedlich aufgenommen. Zum einen war es natürlich ein Spaß für viele, die das einmal probieren wollten. Wir haben ja da im Gemeindeamt auch eine Alexa stehen, die sind gekommen und haben Fragen gestellt und haben das ausprobieren wollen. Mittlerweile hat sie sich wieder beruhigt, aber wie gesagt, es sind genau diese Personen, die das System zu Hause auch nützen, die dann einfach darauf zurückgreifen und sich dann entsprechend informieren, was ist aktuell auf der Gemeinde. Oder zum Beispiel, wann hat das Altstoffsammelzentrum offen? Gibt es auch Nachteile? Ja, ein wesentlicher Nachteil ist natürlich unsere Mundart, die Umgangssprache, die wir sprechen, weil Alexa natürlich nur Hochdeutsch versteht und da kommen dann die lustigsten Antworten natürlich auch von Alexa zurück, wenn sie irgendetwas Falsches versteht. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sich Alexa nicht zur Gänze durchsetzen wird. Also wir setzen natürlich trotzdem auf das persönliche Gespräch und freuen uns über jeden Kontakt, den wir persönlich mit den Bürgern haben. Wir sehen es einfach als Ergänzung und zusätzliche Möglichkeit, unseren Service anzubieten. Das ist der Grund, warum wir das versucht haben und warum wir es auch nach wie vor betreiben. Was können Sie uns über das Projekt Smart City in Grenzmünster erzählen? Ja, grundsätzlich haben wir gemeinsam mit der AID, mit dem Austrian Institute for Technology versucht, hier ein Zukunftsprojekt aufzusetzen, ein Forschungsprojekt aufzusetzen, wie wir uns in Grenzmünster weiterentwickeln können. Das sind die verschiedensten Themenbereiche, die wir damit auch bespiegeln wollen. Das eine ist zum Beispiel die erneuerbare Energie, Energiegemeinschaften. Da ist ja gerade ein Gesetz in Arbeit und in Ausarbeitung, wo es möglich ist, dass Bürger untereinander dann Energie teilen und sich gegenseitig verkaufen. Eines, was wir auch noch dabei versuchen, ist, neue Gesprächsformen zu finden. Wir sind dabei, in diesem Projekt einfach soziokratische Gesprächs- und Diskussionsführung zu implementieren. Es ist nicht immer leicht. Wir sind es alle gewohnt, auf Konfrontation zu diskutieren, was bei der Soziokratie ganz anders läuft. Da ist Konsensfindung im Vordergrund. Corona hat uns natürlich auch erfinderisch gemacht. Wir haben, nachdem ja persönlich Kontakte sehr stark eingeschränkt wurden, haben wir unsere Bürgermeister-Online-Sprechstunde entwickelt, die ich alle 14 Tage, drei Wochen einmal erhalte, wo wir über Facebook Live, einfach, wo ich versuche, über Facebook Live die wichtigsten Themen der Gemeinde, meinen Bürgern nahezubringen und mir aber auch jedes Mal einen Gast mit hereinholen, wo die einzelnen Themen einfach intensiv diskutiert werden und der Bürger die Möglichkeit hat, über den Chat live auch Fragen zu stellen. Das wird sehr gut angenommen. Der persönliche Kontakt ist immer der wichtigste, aber es sollte eigentlich die ganze Bandbreite, die uns die Technik bietet, einfach zur Verfügung stehen und jeder soll sich entsprechend aussuchen können, wie er mit uns kommunizieren will. Und das, glaube ich, ist der Zugang, den wir mit E-Government auch verfolgen wollen. Ich glaube, das ist der Richtige und damit sind wir am richtigen Weg. Und wir werden uns auch weiterhin bemühen, immer diesen einen Schritt vorne zu sein, beziehungsweise uns immer daran zu messen, was ist möglich und wie können wir das Nutzen stiften, für uns einsetzen. Und das machen wir seit über 20 Jahren und das wollen wir auch weiter so machen. Und das machen wir auch weiter so machen.